Es gibt keinen, der so fresh reactet, immer real, immer echt, immer echt der Beste. Ey, wenn Sascha reagiert, bin ich ruckzuck da. Ey, wenn Sascha reagiert, man, dann guckst du's an. Vielleicht kennt ihr ihn, auch schon mittlerweile, würde ich sagen, eine Legende, nämlich David's Late. Oder David's Late. Und er hat eine unglaubliche Transformation rausgeballert. Also die ist geisteskrank. Und da bin ich jetzt gespannt. Ich kenne Transformationen eben von Instagram-Bildern bereits. Und ihr habt mir jetzt da ein Video dazu geschickt von David Late. Das ist ja so ein englischer Fitness-Influencer. Und der hatte da damals, da kann ich mich aber auch noch erinnern, ich glaube, das Video muss schon älter sein. Weil ich kann mir vorstellen, dass ich das gesehen habe damals. Ich kann es mir gut vorstellen. Auf jeden Fall schauen wir da jetzt mal rein, Freunde. Und ja, was da auf uns wartet. Jetzt. Also, hier haben wir's. David Late. Drei Jahre Natural-Transformation von 14 bis 17. 40 Millionen Aufrufe. Ja, das ist mal eine Ansage. 40 Millionen Aufrufe. Ja, moin. Also das ist krass. Ja, man sieht natürlich schon hier die Kommentare, ob das jetzt wirklich natural war und so weiter. Aber wir schauen da jetzt mal rein und lassen uns einfach mal inspirieren. Ganz egal, ob jetzt natural oder nicht natural, Freunde. Wir lassen uns jetzt einfach inspirieren. Vielleicht kann es uns ja motivieren. Aber sowas fühle ich auf jeden Fall immer. Also, weil, ja, so habe ich auch ungefähr mal ausgesehen. Muss man echt sagen. Also, schauen wir rein, Freunde. Wer kennt's nicht? Ah, ja, der Hype wird aufgebaut. Der Hype wird aufgebaut. Volle Lautstärke hier. Gut, jetzt haben wir einen guten Einblick bekommen. Jetzt geht's hoffentlich gleich los hier. Okay, jetzt geht's los. Okay. Boom, boom, boom. Grasse, Mucke. Und, let's go for the party modus hier. Ja. Job, 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 Job. Ah, oh, scheiß. Ah, ah, ah. Corona kickt vorne. Corona kickt. Ewig schon immer draußen gewesen da. Fühlt man es einfach komplett. Nebzüge ist sehr gut. Ey, ich höre es ganz sicher auf voller Lautstärke. Dreht die Lautsprecher hoch vorne am PC oder am Handy. Let's go. Die Nachbarn müssen uns hören. Party people. Okay, nächster Song. Nächster Song. Nächster Song. Bleib dran, bleib dran. Es wird heftig. 40 Millionen Aufrufe täuschen meistens nicht. Fängt jetzt wieder von vorne an. Kurz was beruhigen, kurz was trinken. Dann geht's weiter, Freunde. Macht euch bereit. Holy shit, bro. Damn. Fühl ich. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. What? Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. DJ Huber am Start. Krass. Let's go. Boom. Boah. Ja, boah. Das zieht ein bisschen, nach bisschen. Weiß ich, ob das wirklich natural ist, aber auf jeden Fall. Kann ich nicht beurteilen. Auf jeden Fall. Krass, krass, krass. Heftig. Gute Genetik auf jeden Fall. Mega Genetik. Boom. Maschine. Richtiges Model. Richtiges Topmodel, muss man echt sagen. Richtiges Topmodel. Oh, noch ein Song. Einer geht noch vor. Let's go. Ein paar Sekunden, komm. Noch ein letztes Mal. Macht mit. Macht mit. Radios. Also, David Late. Auf jeden Fall eine Maschine. Eine unglaubliche Transformation. Kann man sagen, was man will. Freunde, was soll man sagen? Was soll man sagen? Was soll man sagen? Was soll man sagen? Jetzt mache ich hier langsam, leiser. Genauso, wie es im Club immer passiert. Sperrstunde. Heute war nicht alle Tage. Ich komme wieder. Keine Frage. Euer DJ Huber. Macht es gut, Freunde. Peace out. Auf jeden Fall hier. Man muss sagen, also, es ist eine unglaubliche Transformation. In drei Jahren, da ist natürlich alles komplett perfekt funktioniert. Ob jetzt mit Stoff oder ohne, das kann ich natürlich nicht beurteilen. Aber es ist, da braucht es wirklich viel Motivation. Und natürlich auch, ja, hier steht es ja auch. Und wo war es jetzt? Und Dedication, also Hingabe, damit das Ganze auch funktioniert. Und ansonsten geht sowas nicht. Dementsprechend, es kickt auch trotzdem die Motivation. Ich muss auf jeden Fall sagen, was der Körper möglich ist zu erreichen, das fasziniert mich immer enorm. So, du kannst extrem dünn sein oder du kannst übergewichtig sein. Du kannst es trotzdem noch zu einem Fitnessgott offensichtlich schaffen. Also, das soll doch auf jeden Fall Motivation genug sein. Was sagt er zu meinem Auftritt? DJ Huber, läuft doch, oder? Halt rein, Freunde. Du bist in der Endcard drinne, doch warte, bevor du schon jetzt verschwindest, yeah. Mehr Fitness gibt's nicht, such dir ein Video aus, click it. Und fehlt dir irgendwie die Motivation, dann lass ein Abo hier, du weißt, es würde sich lohnen. Yeah, 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 yeah.